Mathematik ist eine Sprache die es wert ist erlernt zu werden. Denn Mathematik erlaubt das Wesentliche einer Sache zu beschreiben. Mathematik ist schön und wird einfach wenn man sie tut und nutzt. Mathematikerinnen sind effizient, genau und tätigen ausschließlich verlässliche Aussagen. Und um auf effiziente Art genaue und verlässliche Aussagen zu treffen, sollten wir mathematische Vokabeln lernen.